Hallo und Herzlich Willkommen zu So, können wir? Jo, können wir Alles klar Go Jo Warum ist da immer ein Rest von mir? Genau Hallo Hey! Meine Töttings! Meine Töttings! Nein Meine Töttings! Meine Töttings! Meine Töttings! Ja Ja Oh shit Und jetzt? Ich hab Firefox nicht angeklickt, du Idiot Ich verkehrt! Shit! Shit! Nein! Nice Boah Boah Das wäre ein Move gewesen Das war einfach Ey Grün Ey Grün Ey Grün Guck mal hier Ihr spielt das Spiel Boah Keine Leid Nein Voll genutzt ey Wow 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 Judi Sehr schön Ja Ey Judi Ihr seid so zusammen Ich spiel jetzt auf Punkte, ja? Oh Was hast du? Was ist das? Die Schildkröte hat nicht grad gedreht Nein! Ja! Double Kill Recht jetzt Nice one Die Schildkröte hat sich selber umgemacht Double Kill Ja Nice one So 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 nicht Ah Nacht dir Nacht dir Ah Das wäre schön Schön Ey Grün Ich glaube Also So bin ich Oh je Oh was ist das denn? Meins? 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 Oh oh Du bist so neuen Sehr schön Du war hübsch Sehr schön Ja ne? Next round Ey Blau Hallo Ich spiel das spiel nicht Oh 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 Ich bin zu fett alter Ja ich auch gesehen ich habe ja ja ich bin so jahre und feucht gegen mich selbst was hat das jetzt was hast du gemacht erst mal gegen eine wand fahren Ich dachte, ich hätte den Monifier. Ey, 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 rot, ey, rot. Hallo! Huhu! LAL! LL! Da ist ein Item! Ich will das Item! Oh, oh! Fuck it! Shit! Danke! Oh! 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 Ich dachte, dass der Jule glatt ging, gegen den Stich. Jason lacht an mich gegen den, wenn ich jetzt gegen den Mond gefahren bin. Sehr, sehr nah. Ich war, ich bin mit 500 kmh unterwegs gewesen. Hallo! Das war mega Witzel hier im Tweaker auch. Ja, Jason! Mann, ey! Oh! Kack! Bukkake! Bukkake! Fuck! Du legst das gleich aus! Boah! Ey, blau! Ey, grün! Ich habe 0 Punkte! Oh! 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 Juri, ganz miese Situation! Ja! Ist ziemlich easy hier. Oh! Echt jetzt! Easy game! Er hätte sich den Win voll entschieden können. Ja, ja! Ey, Rode! Hallo! Ich bin voll weit weg gespungen. Oh! Scheiß, Nico! Oh, was ist das denn? Oh, Alter, es sind... Pfff! Oh, lol! Oh, lol! Ich habe mich auch nicht getrackt zuerst! Ja, Jason, was machst du jetzt? Ich mache es! Ich mache es! Shit! Er hat darauf warten, bis er sich selbst töte. Hätte ich eigentlich sagen sollen. Ey, blau! Ey, rot! Nein! Nice! Ich spiele das Spiel nicht mehr! Das ist kacke! Du bist kacke! Oh! Ne, ich bin dritter! Ich habe eine Wand von ihm gefallen! Uhhh! Oh! Oh! Oh, wie gut das das Loch war da! Oh, shit! Der Orange hat sich genutzt! Aber guck mal! Ja! Und der Joli hat sich selbst genutzt! Aber guck mal, wäre das Loch da unten nicht gewesen, dann hätte ich das gleich verkackt! Wäre die Linie da nicht gewesen, dann hätte ich auch nicht verkackt! Hallo! Löw! Also, ich spiele das Spiel nicht! Witz! Tür! Nein! 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 Oh, nein! Easy game! Alter! Good game! Good game! Nein! Nicht gegen die Wand fahren! Hallo! Nigo! Nigo ist tot! Wieso mache ich keinen? Wieso mache ich keinen? Wieso machst du keinen? Oh, Juli! Ja, Juli! Du hast nicht? Da unten war ein Radiergummi, du Idiot! Oh, da war ein Radiergummi! Oh, da war ein Radiergummi! Oh, da war ein Radiergummi! Hey, rot! Hey! Die Ist Okay! Loooo! Geh! ja ich achte normalerweise auf die anderen gegner und deswegen ist mir das normalerweise egal normalerweise es ist hier wobei es gut sind hast du weniger punkte ist noch einholbar ich kann auch alles klar was das denn so ist fett machen ich wollte es eigentlich mitnehmen so jetzt bist du eingesperrt jetzt muss ich nur noch warten bis du sich selbst oder bist du ein geiles item kriegst ich habe mehr platz als du hast drin gesagt ich war bei mir schon zwei zentimeter danach ja das passiert manchmal warum leckt es so ich weiß weil ich das spiel nicht mehr spiel jetzt seid ihr alle fett du kommst hier nicht durch ganz schlecht ja und dann kommt wenn ich dabei bin zu drehen ich heißen ich heißen ja nein ich spiel das spiel nicht lol lol nein ich stehe kacke ernst gut langsam ist immer gut da kann man sich besser entspannen zu großer turnradius tja hallo fuck fuck nein ich wollte das kann mit zwei punkten ja er hat heimlich geübt noch mal ja das waren jetzt neun minuten ja noch eins noch eins noch eins dran hängen als das kann ey maarte mal wieso sind da nur noch drei juli 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 ja moment was hast du jetzt gemacht ich bin rausgegangen alles klar jetzt okay alles klar oh sorry wat sorry 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 noch mal bitte ja wir behalten die farbe glaube ich was das denn weiß es nicht haben wir jetzt doch stefan ja haben wir jetzt Übernehme ich nicht. Nein! 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 Halt auf! Alter! Das ist genau das Glück da unten weg. Ja gut, ich hab zwei Sekunden länger verlebt. Triple kill, yeah! Easy! Das war easy. Hey Blau, hey Blau! Hallo! Hey Niko, Niko! Ja? Hallo Grün! Hallo! Niko? Ja? Ich bin hier unten. Oh! Ja! Was? Ja! Jawohl! Nice! Boah, voll genutzt Ding! Ich bin aber echt schlecht in dem Spiel. Du bist zweiter? Ey Rot! Ich bin zweiter und dritter. Meins! Wobei es ist egal. Nein! 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 Alter! Ey Niko! Was? Was? So viele Emotionen in so einem Spiel, ey! Ja! Grün! Lass ihn hier? Okay! Ja? Meine Ernst? Ich mach ne Schnecke. Ich mach du. Ich mach ne Schnecke. Laut! jetzt ist er mit mir erster geworden ich bin dritter das geht gar nicht ja weil wenn man das spiel spiel ist wunderschöne frau ok das ist liegen lassen guter scheiß ja ich wollte es auch sammeln aber habe ich zu spät ist richtig das war nicht angenehm das weiß ich bin ich dritte wobei nur ein Punkt ich bin immer noch erster er du stinkst aber hart in der erhebenden und vor bis zum wo auch er er alle alle aber wo steht wie viele runden wir noch mal 30 ok so werden wir nicht gewinnen ja das ist nicht mein problem wenn du so scheiße spielst so jetzt müsst ihr eigentlich nur noch hier so genau so so musst du eigentlich nur noch ich musste ich sag sie ich muss er hat sich voll genutzt ich nass mich jetzt selbst auch immerhin ein punkt ich bin ich auf 10 jahre jetzt wird es ein blubbläht juli wirst du das grüne dann nicht aufsammeln doch jetzt ja zusammen mit dem anderen ich wollte das aufsammeln eigentlich aber jetzt ist es eingesperrt ich mache eine schnecke ich bin schneller als du nico gehört du möchtest stören nicht da kommst du nicht mehr raus da kommst du nicht mehr raus nein du kannst auf die wand gehen juli ja das stimmt doch sofort oder so irgendwie bin ich überall ja 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 jetzt ist es voll notwendig gerade ja 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 da wirst du durchgepasst wirst du besser oder nicht so fit ne ne da hätte er auch so durchgepasst ey blau ne ich möchte noch gewinnen oh 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 eh oh oh nicht das würde ich eigentlich nicht das ist russisch ja ich könnte noch gewinnen nicht unbedingt du hast 28 punkte die meisten punkte und jetzt mache ich nicht mehr gewinnen außer eventuell außer gleichstand ja aber so nein Prozent 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 du hättest noch gleich dann machen können nur aber Leute vielen Dank fürs Zusehen bis zum nächsten Mal tschüss